Willkommen von der Gamescom 2018. Wir sind hier bei Samsung und haben einen neuen Computerbildschirm. Hier stehen und zwar ein Anti-Level Gaming Bildschirm mit 32 Zoll mit einer WQHD Auflösung. Also 2560 x 1440 mit einem gebogenen Bildschirm. Wie ihr sehen könnt, das sieht auch super aus. Und in Deutschland wird sie nur in Silber und in Schwarz. Wie ihr sehen könnt, da gibt es noch mal in Weiß. Aber wir sehen könnt, hier in Schwarz gerade ausgestellt. Ich zeige euch gleich die Anschlüsse. Zuerst noch kurz zum anderen technischen Daten. Wie zum Beispiel, dass wir hier 3Land Candela Helligkeit haben. Ein Kontrast von 3000 zu 1 und ein Blickwinkel. Wir sehen könnt, da auch sehr gut ist mit 178 Grad, was mittlerweile Standard ist. Wieso haben wir nur eine WQHD Auflösung und nicht 4K? Wir haben hier ganz einfach eine Bildwiederholrate von 144 Hertz. Und die VA-Panels gibt es dann nicht in der Auflösung, in der Größe gebogen erst rechtlich. Aber das kommt dann vielleicht in ein paar Jahren. So, ich möchte uns die Anschlüsse ganz kurz an. Wir haben nämlich zwei HDMI-Anschlüsse, ein Display-Port und ein Hot-Porter-Anschluss. Nämlich hier hinten. Beziehungsweise auch der Strom-Anschluss darf nicht fehlen. Das Ganze ist natürlich mal mit so einem Plastikteil hier abgedeckt. Und was wir hier dann noch sehen können, ist die Weserhalterung, damit es auch niemand hier gebaut werden kann. Aber wir können die Höhe nicht einstellen, beziehungsweise auch leider den Winkel nicht einstellen. Das ist ein bisschen schade. Aber man stellt hier ab in der richtigen Höhe hin. Und dann können wir wunderbar den ganzen Tag hier auf 32 Zoll wunderbar zocken. Wer es ein bisschen größer haben will, es gibt natürlich auch die 49-Zoll-Version Curved mit einer super Auflösung. Das dann natürlich ein bisschen mehr übertrieben. Das habt ihr beim Video schon gesehen bei mir auf dem Kanal letztes Jahr. Der kostet auch mehr als Hot-Porter viel. Nämlich hier der CHG90. Die sind 49 Zoll. Aber bleiben wir bei 32 Zoll für 259 Euro. Das ist doch ein ganz guter Preis. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ballasch. Wir sind auf The Games from 2018 bei Samsung gerade. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 4 Mai 5 Masch Was Euro Um